Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Heute wieder eine kleine Kugel. Wir erhitzen sie gerade da hinten, dass sie schneller geht. Der letzte Teil hat euch ja so unglaublich gut gefallen. Wir haben die Kugel schon ca. 10 Minuten erhitzt. Und wir haben heute Zucker, Seife, Duschgel, Marillen, Sahne, die werde ich aber nicht da drauf nehmen, die werde ich hier in diesen Becher reingeben. Und noch ein Kaffee und ich würde sagen wir fahren direkt mit dem Kaffee und los gehts. Leute, wir geben jetzt die Kugel auf den Kaffee, weißer oder was auch immer das ist. Heute leider mal wieder die alte Zange am Start, da der Nico natürlich nicht bitten konnte. Und los gehts. Es qualmt mal. Komm mal näher ran. Warte. Warte. Seht Leute. Oh fuck, wir haben sie vergessen einzufetten. Alles klar. Ich glaube da passiert nicht so viel. Ich dachte jetzt, es gibt die voll heftige Reaktion. Ne. Boah, das stinkt. Das riecht gut Leute. Ah ok, das ist doch einfacher zu reinigen, als ich dachte. Wie das stinkt. Wir lassen die jetzt mal ein bisschen drauf und dann zeigen wir es euch danach. Leute, es passiert nichts mehr viel. Wie sie sehen, sie sehen nichts. Ja und die Kugel, wir erhitzen sie nochmal zur Sicherheit. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit der Seite. Leute, wir haben jetzt die Kugel erhitzt und wir werden sie jetzt drauflegen. Und... Hä? Was ist da los? Ich glaube die ist schon viel zu alt. Ja. Ihr könnt euch das mögt ihr vergessen, aber... Ich glaube, dass wir überraschen schon zu zweimal Rinden haben sie hier. Ich werde jetzt die Kugel jetzt nicht wieder erhitzen. Weil die Kugel ist ja schon erhitzt. Hä? Das war die Marmelade. Das war Marmelade. Würde ich jetzt gerne auf ein Brot schminken. Wartet Leute. Jo Leute. Es raucht voll wie bei einem Dönder. Wenn das hier hoch geht, Alter. Wenn das hier hoch geht, Alter. Okay, der Dampf wird wenig ab. Boah, wie das riecht. Ne, lass das. Lass das. Komm, dein Kopf. So wie beim Apfelmus. Aber heftig da. Und jetzt werden wir das ganze warm essen. Mh, lecker. Alter. Seht auf das, Mann. Hol die Kugel noch mal raus. Na, geh weg. Schau mal. Da ist einfach noch. Ja, ich würde sagen, wir erhitzen die Kugel jetzt noch mal. Und fache weiter mit dem Zucker. Leute, wir haben jetzt die Kugel erhitzt. Kugel erhitzt. Und wenn er jetzt in Zucker reinhängt. Warte, ich nehme nochmal mit. Wir sehen, wir haben Übel von Chumanji TM. Oder wir essen heute mal jetzt TM. Der hat mal in den Zucker drauf rein gelegt. Und ja. Jetzt geht's. Ich bin da ein Stück wieder drauf. Das ist karamellisiert. Das ist karamellisiert. Seht ihr das, Leute? Richtig. Ja, wenn er gar nicht wirklich wirklich schon findet. Ja, es kocht einfach nur. Wenn ihr das jetzt seht. Im nächsten Teil werde ich die Kugel mal in Gummiziere reinlegen. Ja, ich glaube, wir machen jetzt weiter. Ja, also Leute, ihr seht. Karamellisiert. Jetzt erhitzen wir die Kugel. Dann werden wir sie in die Sahne reinlegen. Und dann in dieses Duschgel. Dann werden wir sie in die Sahne reinlegen. Los geht's. So, die Kugel ist wieder erhitzt. Und. Wir haben da jetzt. Warte, ich zeig das mal. Sahne. Sahne reingetan. In den Becher. Okay, und jetzt geht's mal rein. Was passiert da? Es ist mit Wasser. Es brennt durch. Es brennt. Es brennt. Die Kugel ist durch. Kommt die Kugel durch? Ja, die Kugel brennt ist durch von unten. Wir filmen das mal von unten hier. Die Kugel brennt ist wirklich durch da unten. Alter. Das macht wie Wasser. Das macht wie Wasser. Das macht wie Wasser. Das macht wie Wasser. Das macht wie Wasser, Leute. Alles klar. Alles klar, Leute. Es hat sich durch gebrennt, Alter. Das war so mega geil. Und jetzt erhitzen wir sie nochmal. Wir haben den Dusch an. Wir haben den Dusch an. Einfach rein. Nein, wir erhitzen den. Wir setzen jetzt noch die Kugel und was geht's? Ja. Ich würde sagen, wir gissen ihn einfach drauf. Ah, was geht's denn? Okay, dann. Wir haben jetzt kein Plastikgefäß mehr leider. Und deswegen gissen wir es auch drauf. Eigentlich kühl, dass man die Kugel abtägt. Ja, Leute. Das ist nicht so cool. Das war jetzt ein bisschen ein Fehler. Diese Folge war jetzt nicht so spektakulär da. Dafür versprechen wir euch. Die nächste Folge wird wirklich geil. Und ich würde sagen, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und tschau mit V.